Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik für meine Shotcut Tutorials und zwar geht es um Tipps und Tricks. In dieser Folge zeige ich euch, wie man mehrere Videoclips auf einmal löscht. Ob das jetzt hier aus dieser Spur ist oder aus dieser Spur, das ist egal. Denn wer meine Folge gesehen hat, wichtige Änderungen, wo ich hier dieses Ripple Bearbeitung über alle Spuren erkläre, werden wir nämlich ausnutzen. Und zwar habe ich mich dafür entschieden ein paar Clips hier auf einmal zu löschen aus dieser Ebene. Und zwar von dieser Position bis, sagen wir mal, dieser Position hier. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Wir kreieren uns nämlich ein Radiergummi. Habe ich mal so genannt. Klingt komisch, ist aber so. Was brauchen wir dazu? Als erstes fügen wir eine neue Spur ein, die sich hier oben bildet. Und dann gehen wir auf Datei, Andere öffnen und machen dann einen Farbclip. Und zur besseren Übersicht oder Erkennbarkeit mache ich ihn mal rot. Dann haben wir ihn hier oben in der Mitte drin. Und dann müssen wir darauf achten, dass wir dieses nicht überschreibende Einfügen und Verschieben deaktivieren, wenn keine Spur gesperrt ist, dann ziehe ich das hier runter an dieser Stelle. Und zack, zack, zack. Und snappt das genau an den Anfang. Jetzt ist es natürlich ein bisschen zu lang. Und dann gehe ich mit meinem Cursor an die Stelle, wo ich bis zum Ende löschen möchte. Stauche mein Radiergummi, lass ihn einklippen und jetzt kommt's. Durch dieses Ripple Bearbeitungsbutton über alle Spuren wird alles, was sich darunter befindet, gelöscht, wenn wir entfernen. Das sieht dann so aus. Wollen wir aber nicht. Wir möchten ganz gerne, ja das ist jetzt nicht so schlimm, dass jetzt hier dieser Cursor gesprungen ist, dieser Cursor, dieser Laufcursor. Wir wollen natürlich nur aus dieser Spur diese vielen Clips entfernen. Das heißt also, ich sperre alle übrigen Spuren, die sich noch innerhalb dieses Radiergummis befinden. Also diese ganze Zone würde dann gelöscht werden. Aber durch die Sperrung wird natürlich nur hier dieser Bereich gelöscht. Ich mache einen Rechtsklick, gehe auf Entfernen. Zack, diese ganzen Clips aus dieser Spur entfernt worden. Gut, okay. Das was dahinter war, springt natürlich an die Stelle nach vorne. Wenn wir das nicht wollen, rück ich es natürlich wieder an die Stelle, wo es hin soll. Ja, zuerst muss ich noch was machen und zwar einstellen und zwar muss ich den Cursor dezentrieren, sonst springt das alles hier hin und her und dann wird's ein bisschen unüberschaubar. Wenn ihr euren Radiergummi öfter braucht, das empfehle ich unter Datei andere öffnen. Da Farbe, wie wir es eben gezeigt haben, diesen Radiergummi in die Playlist oder in die Wiedergabeliste hineinzusetzen. So könnt ihr ihn immer wieder verwenden an irgendeiner Stelle. Ich setze ihn jetzt mal hier rein und wir wollen zum Beispiel einen anderen Bereich löschen. Sagen wir mal von hier bis dort. Dann rasten wir das wieder ein. Gucken wir mal nach. Zack, zack, zack. Jawohl. Wir gehen nochmal hin, ob wir keine kleinen Lücken haben. Das sichere ich mir immer ab. Also hier hin. Jawohl. Springt gleich zum nächsten Clip. Also haben wir keine Lücke. Immer nochmal ein bisschen gucken, ob der Radiergummi bei der extremen Verkleinerung hier richtig an der richtigen Stelle positioniert ist. Dann ziehen wir ihn hier rüber an die Stelle. Auch sicherheitshalber nochmal den Cursor bis da hinten hin ziehen und positionieren und einrasten. Ich möchte aber nur diese hier löschen. Das heißt also, ich gebe den Layer V3 frei, also die Ebene und sperre dafür auch V5 wieder. Da hier hinter noch zwei kleine Clips sind, werden die natürlich beim Entfernen unseres Radiergummis auch nach vorne rutschen. So wie hier. Da glücklicherweise der Cursor an der gleichen Position bleibt, aktiviere ich wieder den Ripple nicht überschreibendes einfügen und verschieben. Und verschiebe einen davon, oder den vordersten besser gesagt, nach hinten. Aber bitte nicht über den letzten Clip schieben, sondern immer so nah wie möglich. Dann behaltet ihr auch den gleichen Abstand. Ziehe ich ihn rüber, dann ist der ganze Abstand hin. Also immer schrittweise verschieben, bis wir hier an den Cursor kommen. Da es in Shotcut noch nicht die Möglichkeit gibt, mehrere Clips auf einmal auszuwählen, habe ich dieses kleine Tutorial für euch gemacht. Ich hoffe, dass ihr in dieser Folge wieder etwas lernen konntet und ich würde mich freuen, wenn ihr bei meiner nächsten Folge wieder dabei seid. Und übrigens, bitte lest auch die Videobeschreibung durch, denn dort habe ich weitere Folgen aufgeführt. Und das wird jetzt natürlich alles zu machen. Ich wünsche dir auch noch ein Wir haben dahin. Ich glaube, die Folge für euch gemacht. Und das wird das. Wir haben jetzt, dass wir eine Frage dafür gemacht. Und das ist die Folge doch nicht leer. Und das sind die Frage. Und die Frage ist das? Vielen Dank.